Werte im Unternehmen etablieren. Wie geht das? Ich möchte dir hier eine ganz einfache Vorgehensweise vorstellen, um Werte im Unternehmen zu etablieren. Mein Name ist Andrea Maria Bukler. Ich bin Expertin für Werte und Unternehmenskultur und das ist meine Passion. Das mache ich von Herzen gerne. Diese Vorgehensweise, die ich hier vorstelle, ist vom Barrett Value Center tausendfach abrupt funktioniert, kann ich sagen. Habe ich schon sehr, sehr oft gemacht. Wir fangen an bei den Werten und ich liebe das, wir fangen an mit einer Messung. Also wir machen ein Werteassessment. Es ist möglich, auch ohne ein Werteassessment anzufangen, aber ich finde, es ist weitaus schwieriger. Der Vorteil von der Wertemessung ist, ich weiß um die aktuelle Kultur, ich weiß um die gewünschte Kultur und ich weiß, welche Werte die Menschen mitbringen, die in der Organisation arbeiten. Und je besser die Übereinstimmung der persönlichen Werte mit der aktuellen Kultur, umso höher das Engagement. Je besser die Übereinstimmung zwischen aktueller Kultur und gewünschter Kultur, umso besser ist das Unternehmen on track unterwegs. So, diese Standortbestimmung mit der Messung ist für mich eine sehr, sehr gute Grundlage, weil dann weiß ich, wo ich die Organisation hin entwickeln kann oder wo die Organisation sich hin entwickeln möchte und weiß, von wo sie losgeht. Deswegen erste Sache, Werteassessment durchführen. Und das Werteassessment ist ein Mess- und Dialoginstrument. Der zweite Schritt ist, Ergebnisse ansehen, verstehen und diesen Dialog dazu führen. Und diesen Dialog dazu zu führen, ist einmal für das Verstehen in der Organisation der Werte. Und das ist schon die Arbeit. Also da beginnt die Kulturtransformation. Das ist der zweite Schritt. So, dann hat man also diese Wertemessung, ganz viele Daten. Dann wird das schon ein bisschen stringenter durch den Dialog zu diesen Werten, durch das Verstehen, Interpretieren und den Dialog dazu. Es wird schon klarer. Aber es ist immer noch recht viel an Material, was zu diesem Zeitpunkt da ist. Und deswegen setzen wir diesen Fokus auf Kernwerte. Kernwerte ist quasi die Ausrichtung, eine langfristige Ausrichtung. Das sind Kernwerte. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen sagt, wir wollen einen Fokus setzen für die nächsten zwölf Monate. Das würde ich eher denn in Richtung Schlüsselwerte. Also für das operationale Key Values und Core Values sind eher für die Vision, Mission und so weiter. So, dazu gibt es, glaube ich, auch ein weiteres Video. So, und der Schwerpunkt auf die Kernwerte setzen bedeutet, also wir wählen maximal fünf aus, weil man die sich merken kann. Weniger als fünf ist noch besser. Welche fünf sind das denn? Das ist nicht ganz so einfach. Diese fünf sollten einen Bezug haben zum Business, zu den Menschen, also auch in Beziehung sein. Zur Gesellschaft wird immer wichtiger. Und auch zu den Individuen. Also wenn ich nur Werte habe wie Effizienz, Gewinn, Produktivität, dafür steht kein Mensch morgens von Herzen gerne auf und sagt, da lebe ich für. Nee, das ist, das funktioniert nicht. Also bei den Kernwerten kommt es auch auf die richtige Zusammensetzung an. Und oft sehe ich Kernwerte, die keinen guten Mix haben. Ganz oft, und das wundert mich sehr, fehlt bei den Kernwerten von Unternehmen das Business. Das ist mir immer ein Rätsel, wieso das so ist. So, das war Schritt drei. Also wir haben den Werteassessment, wir haben den Dialog dazu, wir haben die Kernwerte. Und die Kernwerte brauchen jetzt noch die Verbindung zum Verhalten. Also Wert und Verhalten, so gehört es immer zusammen. Weil am Verhalten erleben wir ja die Werte. Die können wir uns relativ schnell rausziehen aus dem Dialog dazu. So, also Kernwerte und Verhaltensweisen ausloten. Dafür haben wir denn vorher schon gearbeitet. Wenn uns dazu was fehlt, braucht es denn nochmal eine Fokusgruppe zur Vertiefung. Aus diesem Material, was wir haben und aus den potenziell limitierenden Werten, die wir aus der Messung haben, und aus den potenziell limitierenden Werten, die wir aus der Messung haben, diese Kombination, positive Werte, wo wir hinwollen, potenziell limitierenden Werte, das gibt den Kulturentwicklungsplan. Schritt fünf. Kulturentwicklungsplan heißt, wenn wir aktuell eine Dysfunktion im System haben, was sich in potenziell limitierenden Werten ausdrückt, dann gilt es, das zu reduzieren, um den Boden zu bereiten, um die positiven Werte zu etablieren. Also ein einfaches Beispiel dazu. Ich habe den Wert Innovation, den ich näheren, stärken möchte in der Organisation. Aktuell habe ich aber ganz viel Silo-Denken, Bürokratie, Hierarchie. Da nützt es nicht viel, wenn ich allen Fokus auf Innovation setze, wenn das tagtägliche quasi alle Energie auffrisst. Also wenn die Strukturen so sind, dass die Innovation nicht wachsen, blühen, gedeihen kann, dann gilt es erst, das Limitierende zu reduzieren, um dann jetzt im Sinne von Pflanze, diese Pflanze-Innovation zu nähern. Das ist der Plan für Kulturentwicklung. Und dann gilt es, und das gilt es schon die ganze Zeit, die Werte zu leben und die gewünschte Kultur zu entwickeln. Und dann gilt es, die Werte zu leben und die gewünschte Kultur zu entwickeln. Das sollte auch in dem ganzen Prozess schon sein, dass es in diese Richtung geht. Das ist in Richtung dieser Werte, die stärker in die Organisation kommen sollen. Die sollen, sobald die klar sind, mehr gelebt werden, um die gewünschte Kultur zu entwickeln. Was hilfreich in diesem ganzen Prozess ist, ist immer wieder zu messen. Eine große Messung zu machen, kann hilfreich sein, was ich sehr schätze, sind so kleine Temperature-Checks. Einfach mal so die Temperatur messen, wie gut kommen wir voran, wie gut leben wir diese Werte. Das macht das Unbewusste, also das oder nicht das Greifbare bewusst. Also ich sehe das, wir kommen voran und es gleichzeitig eine Intervention ins System, um zu sehen, ja, wir kommen voran mit dem Wert. Das wird besser. Da sind vielleicht noch mehr zu tun, um da Ableitungen daraus zu treffen. Und so geht der Kreislauf dann weiter. Wir messen wieder und verstärken es gehen in Dialog dazu. Und so werden die Werte einfach lebendig. Und irgendwann ist es dann keine Frage mehr, ist das ein gelebter Wert? Ja, es ist ein gelebter Wert. Und ich brauche die gar nicht mehr aufzuschreiben, weil es ist spürbar. So funktioniert es und es macht viel Spaß, diesen Prozess in der Organisation zu machen, soweit wirklich die Kraft dafür da ist und die Zeit dafür da ist, das voranzubringen. Wenn du Spaß hast oder wenn du Interesse hast, da mehr drüber zu erfahren, bitte kontaktiere mich. Ich unterstütze von Herzen gerne Unternehmen, die wertebewusster führen und agieren möchten.